Icarus sind die Lieder und die Sprache der Pflanzenmeister. Ayahuasca ist eine dieser Meisterpflanzen. Das folgende ist gesungen von Inkanima, der von seinen Vorfahren, dem Shibibo-Stamm, die höchste Kunst und Bewusstsein der Meisterpflanzen übertragen bekam. Jeder kann Icarus fühlen und wissen und singen lernen. Es erzählt Hyperraummechaniken, Schöpfer-Klanglinguistik und multidimensionale Vorgänge. Zwischen die Klänge passen keine Gedanken, keine Worte. Während der Zeremonie ist man in telepathisch-bildgewaltigen Welten und Visionen. Die Gesänge sind außerdem tiefenheilend und magisch. Auch die wunderschöne Desirée aus der Inkanima-Crew singt Icarus. Und Markus eine Mundharmonika-Icarus mit Obertönen. Ebenso erklingt am Ende ein Shanti-Glockenspiel. Die Zeremonie von 5 Stunden ist auf etwas über eine Stunde geschnitten. Und wenn man das mal live erlebt hat, dann wird es danach passieren, dass man entdeckt, selber Icarus zu singen. Und das kann auch stumm passieren, wenn du in den visionären Räumen bist und dann singst und dann siehst du, wie die Klänge und Frequenzen sich abspalten. Und es webt und aus diesen Klängen heraus erschaffen wird. Das Icarus von Inkanima ist live aufgenommen auf einer Zeremonie, die ich mit ihm erleben durfte. Sehr zu empfehlen ist die Seite schuledermysterien.com Und die Aufnahme hat leider nur Handy-Qualität, weil ich mein Aufnahmegerät natürlich noch nicht dabei hatte. Wer demnächst eine seiner Zeremonien besucht, er gibt nämlich seine Klänge gern frei, wenn man danach fragt. Der nimmt einfach ein besseres Aufnahmegerät mit. Das ist nämlich wirklich sehr hörenswert. Und ich habe dir sehr gewünscht, diese Aufnahme in laut und hochqualitativen Raum erfüllend Freunden, die die Heilung brauchen vorzuspielen. Und das kann, wenn du dich darauf einlässt, sehr, sehr viel bewirken. Hier eher eine Vorschau, wie es klingt. Und man erkennt darin auch schon viel. Das ist ein sehr visuell Tipp, das Video laufen zu lassen. Ich habe alle 60 Sekunden ein neues Bild von Ayahuasca Art, was die Google-Bildsuche ausgespuckt hat. Das ist, oh ja, es wirkt. 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 Das ist, oh ja. Das ist, oh ja, es wirkt. Das ist, oh ja. Das ist, oh ja, es wirkt. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020